Hallo Leute, jo, wir sind online. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir starten Uncharted 3 Folge 9. Wir sind im Atlantis der Wüste angelangt. Ich denke, das ist schon ziemlich das Ende. Und ja, wenn wir es geschafft werden, werde ich dann die Tage mit Uncharted 4 beginnen. Oh, hier sind wir letztens stehen geblieben. Es stürzt alles ein. Das heißt, wir müssen uns beilen. Wir sind in der Wüste. Geh! Toto! Toto! Wo ist die Wüste? Wir sind noch nicht. Wir sind noch nicht. Jetzt! Jetzt! Es ist ein Platz da! Los! Hier, genug! Auf geht's! Auf geht's! Muffelt sich das so, Drake. Der hat wohl lange gebraucht. Der hat wohl lange gebraucht. Ready? Ja, war das nicht knapp? Das ist Wackerball. Lauf, Salim! Es ist ein Lauf! Wir schaffen es, Salim! Salim! Schnell! Steig auf! Uh! Na los! Ja! Jetzt vielleicht trifft er dabei. Ist das jetzt schon das Ende? Steig auf! Steig auf! Mein Gott. Wir laufen. Soviel zum grenzenlosen Reichtum, was? Tja. Ja. Alles weg. Ist nicht viel, oder? Ist genug. Ja. 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 Mal kurz, Nate. Alles klar? Ja. Ja. Ich wollte dir eigentlich nur etwas sagen. Okay. Hey. Was gibt's? Also meine... Meine Kindheit war mies. Mein Vater eine Niete. Mit 40 war mir klar, dass ich nie einen Sohn haben würde. Ach. Ich wollte nie einen. Was weiß ich denn über Kindererziehung? Heh. Dann bist du in mein Leben geplatzt. Hey. Du musst jetzt nicht... Nein. Hör zu. Ich muss. Ich hab viele Fehler gemacht, Junge. Viele. Und äh... Tja. Ich bin... nicht perfekt. Machst du mir einen Antrag, Sully? Ich mein, ich mag dich. Ah. Stopp. Spiel einmal nicht den Klugscheißer. Wie lang trägst du den schon mit dir rum? Zu lang. Ich dachte, er wär weg. Die Sache ist die. Wir können uns unser Leben leider nicht aussuchen. Echte Größe ist es. Das Beste aus dem zu machen, was man hat. Hey. Hi. Hast du was vor? Vielleicht. Das tut mir echt leid mit dem Ring. Ist okay. Dafür hab ich was besseres. Lass uns verschwinden, ja? Ja. Los. Hier lang. Aber... Na komm schon. Vertrau mir. Was hast du vor? Ist nicht dein Ernst. Es ist nicht so schön wie das, dass ihr zwei vor vier Jahren demoliert habt, aber... Na los. Mal sehen, ob ich noch weiß, wie man so ein Ding fliegt. Hehehe. Es sind aber auch Fallschirme drin, oder? Drei? Äh... Mehr oder weniger. Jo. Somit sind wir am Ende angelangt. Ich dachte, es wird noch ein bisschen länger gehen. Das Showdown, also der letzte Kampf war jetzt nicht so berauschend, ne? Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Und... Ähm... Ich werd... Auch gleich... Umschalten. Ich meld mich gleich nochmal. Jo. Schaut rein. Wenn wir dann ein bisschen Division zocken. Jo. Schaut rein.